Mein Name ist Taslan Burak, ich komme aus dem Allgäu, aus Bleiach, bin in Immenstadt geboren. Ich wohne zurzeit in Neu-Ulm, weil ich auch dort meine Arbeit habe. Ich bin jetzt vom SV Ulm hier gewechselt zum FC Memmingen. Warum? Was ist besonders am FC Memmingen interessant? Beim FC Memmingen ist so eigentlich alles interessant. Das Umfeld ist super, die Liga, wo man spielt, ist natürlich sehr interessant, Regionalliga. Und hier im Umkreis ist halt auch die höchste Liga, wo man eigentlich so spielen kann. Und das spornt einen an, hier in Memmingen zu spielen. Was sind deine persönlichen sportlichen Ziele? Meine persönlichen sportlichen Ziele, ja. Ich will auf jeden Fall hier in der Mannschaft eine wichtige Rolle spielen und auch mit der Mannschaft in der Liga eine wichtige Rolle spielen. Also so weit wie möglich oben mitzuspielen, das ist für mich das Wichtigste. Auf welcher Position spielst du? Ich spiele im Mittelfeld, links oder rechts, eigentlich offensiv, überall.